Ich existiere nicht als Individuum. Es gibt höchstens die Idee davon, die ich dann als Verwirklichung erfahre. Aber was ich bin, ist doch kein Individuum, oder? Ist es das Unteilbare, eine, ohne Zweiten, dass das Mitgefühl ist, das sich als alles ausdrückt, was je erfahren werden kann? Polo 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 Pol Pichigui, Pichigui.